Die Veranstaltung war klasse. Ich hatte keine Erwartung. Ich fand es war super gemacht von der Moderatorin. Die Leute waren super und ich habe ein sehr positives Bild von der Evo. Ich finde den Evo-Kundendialog sehr schön gelungen, ein sehr sympathisches Team, viele Informationen bekommen. Ich finde Evo Digital eine gute Sache. Man fühlt sich besser aufgehoben. Es gibt viele Angebote, viele Informationen, die man da erzielen kann und es ist definitiv sehr kundenfreundlich. Also über meine Bank gehe ich online, um meine Verträge oder sonstiges einzugeben und zu ändern. Bei meinem Mobilfunk habe ich das, bei meiner Krankenkasse habe ich das, von daher ist es bis zur Zeit, dass ich das auch bei meinem Stromanbieter machen kann. Online-Service finde ich sehr gut. Also Papier muss man sparen, wo es nur irgendwie geht. Ich kann das alles einsehen, 24 Stunden am Tag, dann wann ich mir eben Zeit dafür nehme und habe meine Stammdaten immer im Griff. Also ich denke, das ist ein Riesenvorteil. Also dadurch, dass ich mich immer gerne in Hotspots einlocke, sei es in irgendwelchen Einkaufshäusern, wenn ich Wartezeiten habe, dann nutze ich sie immer sehr gerne, um mein Datenvolumen nicht zu sehr zu strapazieren. Ich finde das total super. Ich finde das auch einen tollen Service, weil die digitale Kommunikation untereinander ist überhaupt nicht mehr wegzudenken. Das wird zunehmen in Zukunft und finde gerade Leuten mit wenig Datenvolumen. Ich denke an meine Kinder jetzt zum Beispiel. Ich denke an Leute, die in der Mittagspause vielleicht an solchen Orten auch höhere Datenmengen verarbeiten. Dann die Möglichkeit zu haben, sich einen Hotspot anzumelden, der sicher ist, der einem regionalen Anbieter gehört. Finde ich total super. Also das Thema Mehrwert finde ich sehr interessant. Ich bin selber ein Offenbacher Bub und finde es toll, wenn es hier in Offenbach verschiedene Angebote gibt. Also ich würde es auf jeden Fall nutzen und finde es halt für den Kunden der Evo super. Also Mehrwertprogramme oder Bonusprogramme generell halte ich für gut, da man einfach den Kunden was zurückgibt, dass die Kunden die Möglichkeit haben, praktisch ihre Treue zu nutzen dem Anbieter gegenüber. Also dass man sagt, hey, ich bin der Evo seit mehreren Jahren treuer Kunde und kann deswegen auch das Bonusprogramm oder das Mehrwertprogramm in dem Falle nutzen. und dann wieder das DAB. Böhm. Sägerei an. Vielen Dank.